Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von BowserRider 2015 zusammen mit Felix Speert. Hallo. Hallo. Hi. So. Wolltest du mich gerade abbrechen? Ich breche ab, habe ich gesagt. Felix hat mir da 50 Euro gegeben. Die scheiß 50 Euro, die gehen auch nicht mehr weg, ne? Ne. Hast du den Betonwischer eigentlich angemacht? Ja, kommt nix an. Na, dann guck ich mal. Äh, pisst der sich? Oh, der ist aus. Bisschen Ding, nicht? Wie wär's denn damit? Ah, jetzt geht's ja. Kommt mal an. Ne. Eins gar nicht. Der ist fast leer. Ach, Mensch. Ja, wir brauchen sowieso... Ich wollte sowieso den anderen gleich mal holen. Ja, pass auf. Ich hole den anderen. Willst du den auffüllen? Oder soll ich den auffüllen und du holst den anderen? Ich mache jetzt erstmal mit dem, was noch drin ist, versuche ich jetzt erstmal... Ja, nach 10 Prozent. Da kommt jetzt, glaube ich, nix mehr. Ja. Das war's. Punkt. Aus. Ende. Ja, gut. Hol auf jeden Fall schon mal den anderen. Das war auf jeden Fall der falsche. Äh, Dreck. Ähm, hieß der anders? Ja, ne? Der hatte hinten ein... Das... Du musst eine Tieflader-Zugmaschine nehmen... Ach du Scheiße. Ja. Und den dann anhängen. Der müsste noch am Hof stehen. Der steht am Hof. Ja. Wunderprächtig. Mal gucken, wie viel... Wir gucken, wie viel da noch drin ist. Ja, den gibt's einmal als ganzes Fahrzeug und einmal als Anhänger, ne? Genau. Und, äh, ich meine jetzt den Anhänger. Ich glaube, in den Anhänger passt auch ein bisschen was mehr rein, so von der Größe. Kann gut sein. So. Stützen einfahren. Gute Idee, ne? Mhm. 32 Prozent. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir jetzt beide zur Beton-Mission-Dingens fahren. Mission Impossible. Ja. Dann mach das mal. Kennst du den Witz? Kennst du den Witz? Ja, ich glaube schon. Aber machen wir ihn nochmal. Ja? Was, wenn zwei armlose Karten spielen, was ist das dann? Mission Impossible. Aha. Ähm, mach mal das so. Ich steh grad vor der Baustelle sozusagen. Mhm. Kommst du grad mit deinem Ding rum, dann... Ich komm mal mit meinem Ding rum. Warum hast du den zurückgesetzt? Weil ich an keine anderen mehr dran konnte. Hast du die schon alle vollgemacht? Ja. Ja, Felix. Nicht jeder ist so dumm mit der Betonpumpe, wie... Äh... Hm? Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Möchte nicht erkannt werden. F Punkt, S Punkt. Möchte nicht erkannt werden. Herr spielt. Herr spielt. Das war in Berlin so geil. Äh... Weil ja wirklich keiner meinen Nachnamen kennt, war dann... Ich glaub, Rob Rob war das. Ist einer, den hab ich in GTA kennengelernt. Der meinte dann auch so, hallo Herr spielt. Das ist so ein komisches Gefühl. Ähm... Fischautogramm, können wir Foto machen? Hat er dann genau... Wir müssen zum Kies... Kiesweg, ne? Ja, genau da hin müssen wir. Da müsst du glaub ich dann hier da reinbiegen, wo ich grad herkomme. Ich hab mir... hab ich grad Navi gestellt hier. Mach ich Foto durch Facebook. Mach ich Foto durch Facebook. Was machen Sachen? Du müsstest jetzt rechts rein, richtig? Nee, grade aus. What? Loser. Wo fährst du denn hin? Ich fahr zum Kiesweg. Innenstadt? Fährst du zu nem anderen als ich? Ich fahr zum richtigen, also ich weiß nicht, wo du hinfährst. Das, äh... mitten in der Karte? Ja. Ja. Ja, da fahr ich auch hin. Ich weiß jetzt nicht, warum du... Warum ich den richtigen... Warum der feine Herr nen anderen Weg braucht... Ja, weil ich den richtigen nehme. Und du den falschen... Ich nehm den richtigen. Nein, nein, ich nehm den richtigen. Ich nehm den richtigen. Hallo. Ich... So, ich brech ab. Können wir nochmal von vorne aufnehmen. Mal wieder. Mal wieder. Wie oft wir schon abgebrochen haben, ne? Grausam. Also ich glaub, wir müssen dann immer das Let's Play bei Null wieder... Brech ab Folge eins zum sechzigsten Mal. Na hinten fährt er. Na hinten fährt er. Weißt du, da darf ich nur noch seinen Dreck fressen. Mhm. Aber der schmeckt verdammt gut. Mhm. Natürlich. Ansgars Dreck. Jetzt im Ansgar Nordrhein-TV-Online-Shop. Hast du einen Merch-Shop eigentlich? Für nur 66,99. Hm? Hast du einen Merch-Shop? Scheiße. Noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss mir für mich ein T-Shirt machen. Ist bestimmt voll lustig. Wofür kam das ein? Moment. Ich muss mir kurz nen Reminder machen. Ich hab was vergessen. Was wichtiges. Nein, das sag ich jetzt nicht. Das ist wieder nicht jugendfrei. Und damit verliert Ansgar das Rennen. Ach komm. Hab doch mal er... Barmen? Erbarmen. Ich bin nicht getauft. Also. Ja, das erklärt einiges. Mhm. Das erklärt einiges. Dein Steufelchen. An, 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 an. Ach. Ne, ich bin froh. Guck mal, wer hat denn die schöne Brücke hier gebaut? Vermutlich ich, ne? Äh... Wir? Wir? Also im Sinne von ich. Du warst auch dabei, aber... Also... Wir? Kennst du so Leute? Wir? Ja, wir. Kennst du so Leute? Ich finde das immer ganz schrecklich. Also, eigentlich, mich amüsiert es ein bisschen, aber mich schockiert es auch manchmal ein bisschen. Ähm... Es gibt so Leute, die leben so ein bisschen in ihrer Welt. Also, für die gibt's vor allen Dingen erstmal sich selbst und dann andere. So, ich weiß nicht, ob du auch so welche kennst. Ja, ja. Ich und der Esel, ne? Ähm... Die... Da hab ich letztens wieder so ein Erlebnis gehabt, der hat eine... Also, da waren zwei Freundinnen, waren in einem Urlaub. Und... Ähm... Dann hat die eine Freundin... Beide standen vor mir. Und... Ähm... Dann hat die eine erzählt, äh... Von diesem Urlaub. Und meinte, ja, ich war jetzt im Urlaub, bla bla bla. Und immer nur in der Ich-Form. Ach so. Die standen aber da zusammen. Und das sind schon so Dinger, wo ich mir denke, hä? Ihr wart doch zusammen da. Wieso... Kapier ich nicht, weißt du? Kapier ich nicht sowas. Ja... So ein bisschen auf sich selbst, äh... Äh... Ja. Also, ich find das nicht schlimm, aber... Ich... Mich wundert das so ein bisschen. Das fällt dann auf, ne? Ja. So, also, ich lauf grad voll. Der Felix lässt sich wieder ordentlich volllaufen hier. Richtig. Auf Papas Kosten, wa? Seit wann bist du mein Vater? Dam, dam, da! Stromberg war auch mal der Papa. Mal gesagt, so, äh... Papa ist wieder da, äh... Oh Gott, Papa kommt von hinten. Ja. Wär schnell weg hier. Hm. Pong! Scheiße, scheiß Lenkung. Lässt du dich jetzt auch schön volllaufen. Ja, wie aktiviert man das? Lässt es einfach... Einfach mit diesen... Genau, so. Punkt. Genau, so stehen wir. Nee, zurück, 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 jetzt. Nee. Hä, es lief doch gerade schon mal. Ja, ja, deswegen ja. Warte, ich guck mal genauer. Lass das mal den Papa machen. Ich bin schon wieder voll. Das war schon. Hä? Ja, keine Ahnung, was da los ist. Kann es sein, dass es geglitscht ist? Kann es sein, dass da keine Animation war. Man weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich geglitscht, weil bei mir hat das Ewigkeiten gedauert, bis ich voll war, obwohl ich fasse mehr, ne? Ja. Kann ich mehr die Fassung verlieren? Okay. Bis ich voll war, das hat irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so doppeldeutig. Kannst du gut Alkohol trinken? Das sind so Themen, die ich tatsächlich in Let's Plays nicht behandle. Okay, weil ich nicht. Okay. Ich wollte eigentlich auf ein gutes Ende hinaus, aber okay. Dann nicht. Trink keinen Alkohol, Kinder. Das ist irgendwie so. Wollen wir ein Thema wechseln? Können wir. Hast du was? Ja, ich werde dich gleich überholen. Äh, nein. Spaten. Nein? Im Sinne von doch, wa? Scheiße. Ach, wir sind da in die Leitplanke. Hast du mich einfach geschubst, oder was? Ich muss mir mal das Navi stellen. Wir müssen zum Hafen, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, warum du rechts rumfährst. Mal gucken, wie schnell er da ist. Okay, dann warte, 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 warte. Ich muss erst die scheiß Stützfüße einfahren, aber die wollen wieder nicht. Okay, okay, okay. Okay, so fair bin ich. Ah. Weil du musst jetzt rechts um die Kurve und dann wieder links und wieder rechts. Okay, drei, zwei, eins, los. Ding, 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 ding. Weißt du? Ja. Weil, äh, ja. Ja? Physik. Problem ist, ich hab die Minimap nicht gestellt. Hm. Ich mach dich fertig, Felix. Das sehen wir ja noch. Das sehen wir ja noch. Drei Minuten. Ich weiß jetzt nicht. Meins sagt 30 Sekunden. Bist ja flott unterwegs, wa? Wo bist du denn? Ich bin am Hafen. Hm, ja, du hast dich teleportiert. Nee. Doch. Hey, guck mein Video. Ich bin noch nicht am Hafen. Das war mir ne Lüge. Aber... Entweder du hast dich... Oh fuck. Teleportiert, oder... Du bist noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Wo bist du denn? Das war einfach ein kleiner Gag meinerseits. Wo bist du denn? Ah, das war ja. Hilarious. Tremendous meinste, wa? Tremendous. Ja, Entschuldigung. Tremendous. Ich würde jetzt wirklich gern wissen, wo du bist. Ja. Ich bin jetzt am Baustoffhändler. Ich glaub, ich bin der Erste von uns beiden. Weiß nicht grad, wie du das gemacht hast. Ich bin einfach gefahren. Guck mal, wer vor uns beiden ist. Ach Mensch. Hab ich mein Navi vielleicht umprogrammiert? Könnte das sein? Guck mal, was ich jetzt mache. Zum Ausdruck meiner... Was machst du jetzt? Zum Ausdruck meiner Position bin ich nochmal extra stehen geblieben. Um dir zu zeigen... Pfff. Tschüss. Scheiße, das war ein Fehler. Kacke. Richtig. Scheiße, du bist... Scheiß halt. Was ist denn? Du bist jetzt vor mir hergekommen. Ich wollte einfach zum Ausdruck meiner Lässigkeit... Wollte ich noch einmal... Nochmal stehen und dann wieder anfahren. Ja. Wollte ich auf dich warten. Aber ich wusste nicht, dass der so lahm... Beschleunigt. Ich frag mich gerade, wie das jetzt... Warum das da jetzt schneller war. Ja, weil... Du einen Umweg gefahren bist. Nein. Du Depp. Depp, 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 Johnny Depp. Bevor die Gamer hier einschreitet, ne? Ja, das... Da hab ich auch wirklich Sorgen. Aber du bist mindestens so clever und nimmst den hinteren direkt. Was heißt denn zumindestens? Ja, sonst ist ja nicht viel dahinter, ne? Sonst kann man da ja nicht viel erwarten, junger Mann. Brauchst du überhaupt noch? Was? Am besten du machst das mit den Dingern. Mit der Pumpe, dann kommen wir heute noch vorwärts. Ist die Frage... Ich mach die Pumpe einfach hier mal wieder voll, ne? Hm. Äh, nein. So. Ah, der Ansgar ist heute gesprächig. Ja. Ja, es gibt nicht viel zu erzählen. Warte mal, in welcher Folge sind wir jetzt eigentlich? Und wie war die Gamescom, Ansgar? Tremendous. Tremendous war so... Geil, ne? Kamen ja dann auch wieder viele tolle Interviews auf dem Nordrhein-Difo-Play-Kanal. Cool. Zu Dingen wie... Und... Ich würde gerne eine Wette abmachen. Welche denn? Und zwar, dass irgendwelche Leute drunter schreiben, dass es wirklich geil war, dass sie dann wirklich denken, dass wir schon bei der Gamescom, damit es schon durch ist. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare, falls ihr auf der Gamescom wart, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es empfunden habt. So, wie komme ich jetzt da hinten dran? Rechter Button. Hä? Stützfüß... 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 Auch das funktioniert. Hä? Left Shift. Rechter Button. Plus den. Ähm... Ja. Left Shift. Ah, jetzt bewegt es sich mal. Es bewegt sich halt nur extrem langsam. Tödig. So, jetzt wird auch die hier wieder aufgefüllt. Durch. Das sieht irgendwie so ein bisschen so aus, kennst du dieses... Ah, ich weiß nicht, was auf Englisch heißt. Silly String heißt das auf Englisch. Diese Luftschlangen zum Sprühen. Mhm. So sieht das so ein bisschen aus, was du da machst. Pfff... Okay. Okay. Wie heißen die denn? Prühe Luftschlangen? Keine Ahnung. Kommt das hin? Meine Fresse, das ist aber heute eine gesprächige Folge. Ähm... Kann ich irgendwas gerade machen? Äh... Ne, eigentlich nicht, ne? Doch, weiter Sachen abladen. Schon mal vorbereiten. Ähm... Ja genau, du kannst schon den Kran... Ich bin wirklich sofort fertig, also es dauert wirklich nicht mehr lange. Was sagt denn dein ETA? 120. Was ist das ETA? Ja, Estimated Time of Arrival. Achso. Äh... So, läuft. Äh, auch bekannt als, äh, voraussichtliche Ankunftszeit. Mhm. Was, was meintest du? Dräuft sind? Läuft, habe ich gesagt. Läuft auf jeden Fall. Achso, ja, geht auch. Ist auch eine sehr gute Zeiteinheit. Ja. Ist ein bisschen... Ist ein bisschen kryptisch. Wie viel Uhr ist es? Läuft! Danke. Gerne. So. So. Was brauchen wir denn als nächstes? Katsching! Ach, alles andere jetzt, ne? Was hier noch auf dem Trailer ist. Ja. Alles andere, was auf dem Trailer ist. Und dann müssen wir nochmal gießen. Und dann kommen nämlich schon... die, äh, Fertigelemente. und das ist noch eine ganz interessante Sache. Ich glaube... Ja, wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube nicht. Also zumindest wir in dieser Konstellation hatten. Das glaube ich ja nicht. Im Bausimulatum. Da ich nicht weiß, was kommt, muss ich dir leider zwar ungewollt, aber zweigermaßen nicht zustimmen. Ich glaube, Level 18 muss ich sein, damit nochmal ein neuer Auftrag kommt. Musste Imba sein. Gott, ist das schon alt. Was? Imba. Das hat man damals mal gesagt. Keine Ahnung warum. Nee, ich muss Level 19 sein. Welcher Level bist du denn? 17. Oh Gott. Ich hoffe, dass die Baustelle hier ein paar Level bringt. Hm. Dann kommen nämlich diese Office-Dinge. Stellt das? Ja. Das ist echt noch das. Da müssen wir noch vier Bausimulator spielen. Huiuiui. Dann ist das so. Wie sieht's hier aus? Neureicher Schnösel. Du hast fünf Millionen auf dem Konto. Oh ja, da müssen wir jetzt auch mal drauf hinarbeiten. Hab ich doch so schon. so, es geht um In-Game-Geld. Entschuldigung. Ja, ich weiß es nicht lustig. Mann. Aber wie verkauft man nochmal Fahrzeuge? Das hab ich echt vergessen. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Laufende Ausgaben. Fahrzeugmanager. Ich hab hier am wenigsten Ahnung in diesem Spiel. Und das sagtest du in der ersten Folge vor dieser Aufnahme sogar noch selber. In der zweiten. Wie war denn das nochmal? Ich mein hier. Okay Google. Wie löscht man Fahrzeuge beim Bausimulator 2015? Wie verkauft man die nicht? Wie löscht man die? Soll ich das mal wirklich fragen? Mann mal. Okay Google. Wie verkauft man Fahrzeuge im Bausimulator 2015? Oh, unser Internet ist ja wieder schnell. Als erstes Suchergebnis kommt eine Folge von dir. Ja, so soll das auch sein. Verkaufen wir denn da tatsächlich Fahrzeuge? Weiß ich nicht. Ich guck jetzt nicht rein. Geh jetzt in eine Steam-Diskussion. Ich hab alles abgeladen. Wir müssen... Oh, du musst wieder spritzen. Hallo liebes Entwicklerteam. Leider kann ich trotz... Geh, beh, 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 beh... Ähm... Geh, beh, 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 beh... Keine Fahrzeuge mehr. Kauf, ähm... Absolvier die Stadt. Ich hoffe, dass sie auch jetzt da... Ähm... Der erste Thread war ein... War schlecht. Ich guck dir übrigens von hier oben mal so ein bisschen zu, ne? Während ich das mal recherchiere. Mach das mal. Giga. Ne, Giga hat nur Kacke. Da brauchst du nicht gucken. Und was ist, wenn das funktioniert? Guck dir einfach die Folge an. Ich hab mal... Ich... Ich hab's jetzt angemacht. Äh... Oh... Könnt ihr jetzt hier... Hm? Oh, ist schon ein bisschen älter, das Intro. Also auch das... So, ja, herzlich willkommen zum Bau-Simulator 2015, hier bei Nordrhein-TV-Play. Das ist aber die erste Folge, deswegen. Achso. Äh... Ne, ich google nochmal. Bau-Sim-Fünfzehn-Fahrzeuge-verkaufen. Äh, was machst du da? Achso, du spritzt immer noch. Äh, gibt es bei dir keine Fahrzeugliste oder sowas? Doch, gibt's. Firma. Fuhrpark. Da ist es. Ja, und wo ist da das Verkaufen-Symbol? Da ganz rechts. Da ganz rechts? Kleiner Bagger und dann ganz rechts? Das ist in Fahrzeughäle einlagern. Ist es das nicht? Ne, das ist in die Fahrzeughalle einlagern. Was ist das mittlere? Das ist Fahrzeug aufs Schwirmgelände zurücksetzen. Und das linke? Das ist Fahrzeug zurücksetzen. Ähm. Ist das einlagern nicht dann weg? Man kauft das Fahrzeug, man kann es dann einlagern, damit es verschwindet? Ne. Dann weiß ich es auch nicht. Das Internet gibt nichts wirklich her. Das ist irgendwas, irgendein ganz blöder, ganz einfach ist das. Aber ich hab's ja auch schon tausendmal gemacht. Aber irgendwie... Muss man den Karren nicht hinfahren? Ne. Beim Fahrzeughändler? Das glaub ich nicht, ne. Ah, ich glaub beim Fahrzeughändler kann man, glaub ich, auf Verkaufen klicken. Moment. Soll ich mal hin teleportieren? Ja, mach das mal. Fahrzeughändler. Ja. Oh, jetzt hab ich den Kran mitgenommen. Ja. Gut. Pfeffer war es nicht. Boah, das war ich ja noch nie. Wehe, da kommt jetzt irgendwas. Wehe. Wir müssen nämlich sowieso ein paar Fahrzeuge loswerden, weil wir uns keine neuen mehr kaufen können. Hier, da steht doch Fett verkaufen. Ja, im Fahrzeughändler-Menü, ne? Ja. Das hab ich nämlich mir gedacht. Brauchen wir noch ein Drehbohrgerät? Nein. Doch, klar, 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 klar. Ich kann es nicht. Ich hab keine... Kannst du mir Rechte geben? Ne, das geht, glaub ich, nicht. Unter Personal in den Einstellungen? Ich gucke. Guck mal schnell. Hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt? Wie es weitergeht. Wie wir den Felix befördern, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.